ja ja die rinderöhrchen so es gibt alles später schokorange ja mit dinkel lecker lecker auch alles bio dankeschön alles gesund das zum verpflastern in der hoffnung dass was nicht zu schnell brauchen obwohl bei mir weiß man nie letztes mal hat mich der udo zum einkaufen mitgenommen ich steig aus dem auto aus da rechnet auch kein mensch mit ich mache die türe auf ich steige außenfall direkt in den graben rein da hat jemand die abdeckung von dem graben hier sind neben den straßen haben die gräben und normalerweise sind die in der stadt mit holzplanken so abgedeckt ja hat sich einer nach den spaß gegönnt und die platten weg gemacht ja kann mir glücklich sein dass ich mir die alle knochen gebrochen habe dann brauche ich wieder sowas ja super schönes funkelndes metallkerblech mit besen schön ja bruno sicher ist das ja da freue ich mich ja